Chris! Das kommt, wenn man die ganze Zeit Wanders hinkötzen muss. Willkommen zum neuen Video, heute mit Chris. Wir waren gestern schon fahren, sind heute ganz schön grogg aus, deswegen haben wir uns gedacht, wir drehen heute eine Runde mit den Hunden. Das seht ihr hier zu meiner Linken, das ist mein Hund, der Bodi, hier rechts das Lilo und wir dachten uns, wir machen heute mal so ein kleines Trail-Dog-Experiment und gucken, wie das mit den beiden zusammen funktioniert. Alleine funktioniert das schon ziemlich gut. Zusammen könnte das tricky werden. Ja, partylabs könnte man sagen. Für alle vier. Ja, wir haben keine Ahnung was es wird, deswegen probieren wir das einfach mal aus und ihr könnt euch reinziehen. Viel Spaß dabei. Oh, ja! Ja, ja. Ja, ja. Ja, doch. Los, Poli, los, hap. Das hat ja richtig gut geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt. Ah, da bist er. Fein gemacht. So, wir sind jetzt am Trail oben angekommen. Einen Trail haben wir schon fertig. Den, den wir jetzt fahren, sind wir auch schon einmal gefahren. Lachen nicht so blöd. Ja, ich habe mich schön abgemauelt. Ja, die Hunde haben auf jeden Fall Bock. Es funktioniert soweit ganz gut. Kilo. Los, Bodi. Lauf mit. Fahr weiter. Das ist ein Kunde. Hier. Boah, Bodi hat schon wieder geshortgekattet. Ja, Crashpunkt 2.0. Ja, Crashpunkt 2.0. Ich hab's nur gesehen, wie auf einmal diese flüssigen Ohren aus dem Busch fahren. Ja. Seid ihr heiß oder was? Heiß wie Frittenfeld. Hier guck. Ja. Das ist so schön. um und 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 so Nein, nein, nein! Hold it! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ihr glänzt weiter Na, los, auf mein bisschen Hup, hup Los, Bodys, lass die nicht abhängen Los, ihr kleinen, faulen Schweine Hup, Hup, Hup Hup, los, komm De los Hup, 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 Hup Hup, 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 Hup Hup, Hup, Hup Hup, 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 H Ja ihr seht, die Hunde sind durch, wir allerdings auch, ich will mir mein Bein weh tun, jetzt kommt natürlich wer, wir stehen hier eine halbe Stunde lang rum, morgens mit der scheiß Kamera und dann wenn sie läuft, dann kommt hier wer vorbeigeladen. Das war soweit von uns, ich hoffe es hat euch gefallen mal mit ein bisschen tierischer Unterstützung euch die Trails anzugucken und wenn das so ist, könnt ihr mir gerne ein Like oder ein Abo geben und beim nächsten Mal gibt es auch wieder hundefreien Content oder beziehungsweise vielleicht wollt ihr auch gerne weitere Trail Dog Videos sehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare und sagt mal was ihr davon haltet. Ansonsten bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis bald.